Was ist denn das? Das ist Kacka! Ich freue mich, mit euch da zu sein. Cool. Danke sehr. Total. Verdammt viel von dem, was du machst, gefällt mir sehr gut. Too much auch und so. Ich will ihn jetzt nicht heilig sprechen hier. Du lässt keinen Raum für uns. Es gibt keinen Raum, außer dem Raum in mir. Halleluja. Ich bin trotzdem happy, wie ich mit meiner Meinung hier dagestanden bin. Weil ich weiß ja, wer ich bin. Das ist ja das Mindset, von dem ich spreche. Aber wir wissen... Number one, number one, number one. Sorry, das ist eine Attitüde, die kenne ich nur für einen Idiot. Das ist so billig, weißt du, I'm number one. Ich bin nicht reingekommen und habe gesagt, wie du, mein Name ist Jörg Knöp, ich habe das Bambi gewonnen, verdammt nochmal. Kannst du aber machen können. Was ist denn das? Das ist Kacka! Komm, ich mache ein paar Push-ups. Besser.